Battlefield 2042 geht zu Ende, aber das nächste steht schon in den Startlöchern, die Steam-Reviews von Tekken 8 schießen in den Keller und Ubisoft enthüllt den ersten Story-Trailer zu Star Wars Outlaws. Hi, ich bin Natascha und die News werden euch heute präsentiert von SoTag Gaming und Nvidia. Mit der preisgekrönten SoTag Gaming GeForce RTX 40 Super-Serie kommt ihr in den Genuss von Echtzeit-Raytracing und mehr Frames dank Nvidia DLSS 3. Weitere Infos gibt's in der Videobeschreibung. Mit Battlefield 2042 geht es wohl langsam zu Ende. EA hat angekündigt, dass die Season 7 die letzte Season für das Spiel sein wird. Es sei in der Zeit in die Zukunft zu schauen, schreibt Battlefield General Manager Byron Beattie in einem Blogpost auf der offiziellen Webseite von Electronic Arts. Auch wenn wir es genossen haben und stolz darauf sind, diese Seasons mit zusätzlichen Inhalten für Battlefield 2042 zu erstellen, ist es nun notwendig, dass wir von der Gegenwart in die Zukunft blicken. Das bedeutet, dass Season 7 die finale Season für Battlefield 2042 sein wird. Nach dem Ende von Season 7 werden wir das Spiel weiterhin mit neuen Herausforderungen, Events, Modi und natürlich mit laufenden Wartungsarbeiten unterstützen, aber wir werden keine offiziellen Seasons mehr anbieten. Battlefield 2042 startete mit großen Problemen, wurde seit dem Release im November 2021 aber von EA DICE stetig verbessert und ausgebaut. Jetzt setzt EA Motive das Studio hinter dem Dead Space Remake und Star Wars Squadrons für den nächsten Teil ein. Bis vor kurzem arbeitete noch Halo-Veteran Marco Slato mit seinem eigenen Star für gegründeten Studio Ridgeline an einem Singleplayer-Battlefield. Die Entwicklung daran wurde an Criterion, die zuletzt Need for Speed Heat entwickelt hatten, übergeben. Motive teilt nun seine Ressourcen unter dem bereits seit einiger Zeit in Entwicklung befindlichen Iron Man-Spiel, das wohl auf der Ziel geraten ist und der neuen Iteration der Battlefield-Serie. Der letzte im Bunde der Studios, die an der Battlefield-Marke arbeiten, ist Ripple Effect, die wohl auch einige Angestellte von Ridgeline aufgenommen haben, nachdem das Studio geschlossen wurde. Als Tekken 8 Anfang des Jahres herausgekommen ist, wurde es von Fachpresse wie von Spielerinnen und Spielern gefeiert. Auch wir haben es getestet, beziehungsweise der Kollege Paul Kautz von GameStar. Er gab Tekken 8 eine Wertung von 86 und lobt dabei die schnellen, actionreichen Kämpfe und bezeichnet es als das zugänglichste, umfangreichste und aktuell schlicht beste Fighting-Game. Aber wenn das Spiel so gut ist, warum brechen dann aktuell auf Steam die Bewertungen so ein? Insgesamt steht Tekken 8 im Moment nur noch bei 79% positiven Stimmen, bei den in letzter Zeit abgegebenen Reviews ist die Bewertung sogar nur noch ausgeglichen mit 53% positiven Stimmen. Grund dafür ist die Monetarisierung. Mit dem letzten Update bekam Tekken 8 nämlich nicht nur einen Battle Pass, sondern dazu auch noch einen In-Game-Shop, in dem kosmetische Items gekauft werden können. Der Battle Pass wurde im Vorfeld nie erwähnt und ist dementsprechend auch nicht in der Ultimate Edition des Spiels enthalten. Das ersetzt die Gemüter, immerhin hat eine nicht unerhebliche Menge an Spielerinnen und Spieler satte 110 Euro für das Spiel bezahlt und bekommt dennoch nicht das komplette Spiel. Gestern wurde der Trailer zu Star Wars Outlaws von Ubisoft enthüllt und mit ihm auch direkt das Release-Datum. Und das ist gar nicht so weit, weit entfernt. Tatsächlich soll das Spiel bereits am 30. August 2024 erscheinen. Ihr habt richtig gehört. Kein Scar and Bones 2.0, wo wir, wie lange? Sechs Jahre auf den Release gewartet haben? Vorbesteller dürfen sogar schon ein paar Tage früher am 27. August loslegen. Es soll für PC, Playstation 5 und Xbox Series erscheinen und in der Basisversion 70 Euro kosten. Wer etwas mehr Geld ausgeben will, der kann die Gold Edition für 110 oder die Ultimate Edition für 130 Euro kaufen. Da gibt es wie gewohnt einige Pre-Order Boni sowie Missionen und Skins für Hauptfigur Kay, ihren Begleiter Nyx und ihr Fahrzeug sowie Raumschiff. Wenn ihr das Spiel in der Basisversion vorbestellt, bekommt ihr natürlich auch entsprechende Boni, die ihr auf der Webseite nachschauen könnt. Nicht so erfreulich ist, was wir auf einigen Webseiten, zum Beispiel bei GameStop, auf dem Box-Art entdecken mussten. Da steht nämlich, dass auch für die Installation der Box-Version, also der physischen Version, eine Online-Verbindung notwendig ist. Das war bereits bei Avatar Frontiers of Pandora der Fall, damals war der Grund dafür, dass das Spiel einen Day-One-Patch brauchte, um spielbar zu sein. Aber um was genau geht es eigentlich in Star Wars Outlaws? Wir schlüpfen in die Rolle der Gaunerin Kay Vess, die von einem niedlichen kleinen Alien namens Nyx begleitet wird. Zeitlich ist die Story zwischen Episode 5, das Imperium schlägt zurück und Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter angesiedelt. Kern der Story ist ein Raubzug in die Outer Rims, denn auf Kay ist ein hohes Kopfgeld ausgesetzt. Ubisoft setzt dabei auf eine offene Spielwelt, wir besuchen einige altbekannte, aber auch völlig neue Planeten, die wir zu Fuß oder mit einem Speeder erkunden dürfen. Zwischen den Planeten sind wir natürlich mit dem Raumschiff unterwegs. Viel mehr Details haben wir in unserer Trailer-Analyse für euch zusammengefasst, klickt dazu einfach auf den Link hier oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Außerdem hat mein Kollege Fabian Muslenghi noch sechs versteckte Details im Plus-Artikel gesammelt, auch den verlinke ich euch sehr gerne in der Videobeschreibung. Wir bleiben direkt im Weltraum, denn gestern erschien noch ein weiterer Trailer, der die Fans von Destiny 2 sehr glücklich gemacht hat. Bungie hat im Livestream den Gameplay-Trailer zur neuen Erweiterung, die im 4. Juni kommt, gezeigt und darin auch die neue Subklasse enthüllt. Beziehungsweise den Bausatz. Mit der neuen Subklasse können wir nämlich unsere eigene Subklasse aus Ark, Solar, Void, Stasis und Strength zusammenbauen. Wir können also spezielle Klassenfähigkeiten mit verschiedenen Startensarten nutzen. Dazu gibt es auch drei neue Licht-Supers. Im Showcase beschreibt Bungie die prismatischen Subklassen als fortgeschrittene Subklasse, in der man mehr Build-Crafting-Optionen hat und mehr Kombinationen, mehr Fragmente und mehr Fragment-Slots zum Sockeln als normalerweise bekommt. Weiter besitzen exotische Klassengegenstände nun Perks, die ebenfalls frei kombiniert werden können. Aber der nächste Hammer kam direkt auch noch mit der neuen Erweiterung, kommt nämlich eine komplett neue feindliche Fraktion ins Spiel, die Dread. Diese Wesen sind die Verkörperung des Zeugen und ziemlich hässlich. Aber es ist ja auch kein Schönheitswettbewerb. Es handelt sich um Fledermausartige Wesen, die Fähigkeiten unterdrücken und die Hüterinnen und Hüter verlangsamen können. Jetzt wissen wir also, wie es bei Bungie im Moment aussieht. Aber was machen eigentlich die, die früher bei Bungie und an Destiny gearbeitet haben? Nun, der ehemalige Bungie-Präsident und CEO Harold Ryan hat ein neues Studio gegründet und arbeitet mit seinem Team an einem kompetitiven Multiplayer-Adventure-Game, das in der Unreal Engine 5 entwickelt wird. Mit dabei ist auch der ehemalige Creative Director von Bungie, Chris Opedal, der Hidden Growth als General Manager vorsteht. Die ehemalige Destiny Design Leads Ryleen Deck und Grant McKay sind ebenfalls mit von der Partie, sowie zahlreiche weitere Talente, die unter anderem an Halo, Mass Effect, Dungeons & Dragons und weiteren AAA-Marken gearbeitet haben. Viele Infos zum neuen Spiel von Hidden Growth gibt es derzeit noch nicht. Gegenüber dem Magazin Polygon deutete Opedal aber an, dass es auch Battle Royale-Elemente haben wird. Die Entwicklung ist auch durchaus schon recht weit fortgeschritten, im Sommer dürfen wir wohl mit einer ersten Alpha-Version rechnen. Und das war's wieder mit den News für heute. Ich hoffe, ihr fühlt euch wieder optimal informiert und ein bisschen unterhalten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es einfach den Rest des Tages im Hintergrund in der Dauerschleife laufen. Wenn das nicht geht, dann tut's auch einen Klick auf den Daumen nach oben und ein lieber Kommentar. Wenn euch die Show allgemein gefällt und ihr nichts mehr verpassen wollt, was wir auf dem Kanal hier so treiben, dann solltet ihr definitiv abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr immer direkt informiert werdet, wenn was Neues gibt. Zum Beispiel unsere Trailer-Analyse zu Star Wars Outlaws oder dieses Video zur Umstrukturierung von Diablo 4. Wir sehen uns morgen wieder mit den News, bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß und guten Loot!